da wir haben jetzt im kampf gleich dieses cooles entwickelt auf dem kopf so abzummen gebürgen Prozent Prozent zum Maschinendeck vielleicht mal was will ich denn hier gehen wir zum Crewdeck Crewdeck einfach ein ich wollte auch nicht zum Crewdeck wo wollte ich hin oder zum Kampf im Informationszentrum und dort wollte ich eigentlich hier genau warum muss ich denn hier untersucht werden das ist doch der größte Schwachsinn aller Zeiten so mal sehen wir werden auch bald wieder anfangen mit dem Bellfeed aufnehmen das kann ich ja mal hier sagen aber jetzt erstmal reden wir mit Rafe Shepard you proved yourself a capable warrior on Sir cash our property has been returned to its rightful owner you're halfway there you said one of your squads is missing we've heard some troubling rumors about the rachni relay rachni a few scouts went to check it out but we lost contact so I sent our like company my best squad to investigate they can meet you there even your history with the right night I figured you'd want in on this I'll do what I can well let's hope it's enough let's get back to work let's get back to work yes there's a lot to be done so awesome so yeah me commander you said one of your ships have gone missing crashed actually I couldn't speak in front of the krogan our ship went down onto chunker now they're pinned by an advanced guard of reapers scouting the planet what are your men doing there I'm sorry that's classified but it's vital they be rescued they must complete their original mission it's a matter of galactic peace I'll do what I can I appreciate your help and understanding thank you Primark my thoughts are with Paladin and mine with Earth oh oh I wouldn't want to do this can I put something else here? oh here oh here oh here what have we here emm this place conflict areas ok yeah ok ok Oh, ist das schön. Wir wollten ja jetzt nochmal Morden besuchen, der war ja auch schon mit Mass Effect 2 dabei und der war immer ein ganz lustiger Charakter. Ja, so, außerdem, so, das hatten wir auch. Oh, da waren wir schon. Äh, irgendwas Neues? Neue E-Mail? Oh, das werden wir gleich machen, das ist unsere nächste Aufgabe. Commander, Udina hat mir ein Angebot gemacht und ich habe angenommen. Ich bin jetzt ein Spectral. Unglaublich, aber hat das überhaupt noch eine Bedeutung, jetzt wo alles zusammenbricht? Autorität, Ressourcen, Freiheit, das ganze gruselige Paket, aber ich weiß nicht. Sie wissen jedenfalls, wovon ich rede. Schauen Sie doch nochmal im Krankenhaus vorbei, wenn Sie können. Also, ab zur Settele. Nachdem wir noch mit Morden gesprochen haben. Der wird dann ja wohl hier zu finden sein. Irgendwo. Ne, nicht hier. Das ist natürlich... Dieses Schiff ist so... Ne, auch nicht auf der Herd Toilette. So verwirrend. Das ist so... Es ist so... Was are you doing? Sieht leicht es zu schüllen. Sieht weniger als die Sieger von Cerberus Troopers verburten. Shepherd, bitte. Stärktions counterproduktive. Also Fertigungsverteidung. Er war dein Eigenwassungsverteid, Rief. Du kannst ihn verstehen. Ich selbst keine my own Frau. Und jetzt? An Archenemie ist nun mal meine Leute freu. Ich bin mein Lieben? Wunderschön. Ich finde, du wie ein Diejenige und unbezüchst. Wir helfen von Ihnen. Aber du hast den Genophage verbessert. Genau. Aber wenn du deine Spezies dead hast, könnte dich sterilisieren. Bloodless. Irreversible. Easy. Es muss ein Problem sein, dass du nicht mit Schotgunn hast. Fortunatlich bin ich hier zu helfen. Just keep her alive. Es tut mir leid. Nicht vergessen, du brauchst noch deine Tissue Sample. Better not hurt. Es tut mir leid. Ein Wort, wenn du ein Moment hast, Shepard. Vielleicht mit einem Inhibitor. Shepard, blood work complete. Indicates significant stress auf Eve's System. Stable for now, aber lack of any data detailing Malin's work. Problematisch. Ich liebe es zu fragen, aber... will es affect die Cure? Nein, Cure will remain viable, aber Eve's long-term prognosis, doubtful. Do what you can for her. Natürlich. Wie ist sie? Ich habe sie mit mir geschlagen. Ich habe sie mit mir geholfen. Ich habe sie mit mir geholfen. Ich habe sie mit mir geholfen. Sie hat gesagt, bitte. Schön, mit dir zu sprechen. Danke, Shepard. Danke, Shepard. Danke, Shepard. Danke, Shepard. Danke, Shepard. Danke. hier irgendwas Hier kommen wir schon mal auch noch irgendeine rein. Mal sehen vielleicht. Das war's erstmal. Können wir jetzt zur Citadre? Da ist sie, Citadre. Andocken. Zuerst mal... Das ist vielleicht ganz un... Okay, das war schon mal falsch. Was ist denn ganz unten? Ja. Auch im Dockbereich. Ich speichere nochmal kurz. Durch. Und da steht sie schon. Das ist egal. Shepard. Über die Erde. Manche Leute haben ihre Leben in einem Moment verloren. Die Reapers waren alles, was wir feiern. Sie sollten schon lange zu hören haben. Entschuldigung, Shepard. Was für Sie? Was bringt Sie hier? Ich muss ein paar Leute sprechen. Wie Sie. Die Citadel ist ein guter Ort, für heute. Was ist die Allianz? Wir haben ein Plan. Es ist eine lange Zeit. Nichts Überraschung. Shepard. Es gibt etwas, was ich wollte sagen. Was ist das? Ich habe nicht gehört von meiner Freundin, Oriana, für ein Zeitpunkt. Ich fühle mich. Ihre Freundin? Mein Vater hat nie zuhörst. Auch wenn ich für Cerberus arbeite. Ich benutze alle Ressourcen sie hatte, sie zuhörst. Und ich wusste, er hätte sie irgendwo finden. Mein Vater ist obszest. Dangerous. Ich will nicht Oriana zu füllen wie ich. Was brauchen Sie von mir? Ich empfehle die offer, Shepard. Aber Sie haben Ihre Hände voll. Wenn ich eine Tür oder zwei geschlossen habe, ich weiß nur, wer zu callen. Aber für heute, ich werde gut sein. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss das herausfinden. Du wirst. Es hat lange Zeit. Was hat dich getan? Ich habe in Hidung. Wunderschöne. 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 Es ist nicht so glücklich, wie es aussieht. Ich wusste nicht. Es ist okay. Ich wusste, dass es bei mir etwas gewechselt wurden. Es gibt mich zu zurückzunehmen. Du bist gefährlich. Du bist gefährlich. Ich bin. Du hast nicht mit den Elusiven Mann? Just once He said it had been a pleasure to work with me But he needed to contain the situation Contain the situation Sounds final It nearly was He doesn't take rejection well No He doesn't If you're looking for a lead here Anyone associated with Cerberus will be hard to find No question But I'm owed a few favors Someone here will give me a tip on Ariana Why do you think your father was involved in Ariana's disappearance? I kept careful tabs on my sister I always knew where she was For her to just vanish It could only be him My father Isn't a reasonable man I have a hunch what happened But I'll fill you in when I'm certain I've got to get back to it And I should get out of sight So Be careful Jetzt gehen wir nochmal zu Ashley Mal gucken, wer ist hier wieder einsatzbreit Schade, dass sie kommt jetzt mit an an Bord Aber ist halt Schade nicht so Dann halt nicht Noch nicht Mal sehen Wir werden auf jeden Fall etwas für Ariana tun Ja, ja Ja, welcome, welcome So Äh, 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 äh Können wir noch irgendwas wieder kaufen? Ja Warum nicht? Wir gehen noch auf den Weg hier Ah, einsatzbreit, sehr schön